Sechs Jahre sind eine lange Zeit. Sechs Jahre, die mein Leben, die mich verändert haben. Ich habe im Kloster eine Heimat gewonnen. Merkst du das eine? Mit einer guten Tat schaffst du eine schlechte nicht aus der Welt. Du musst da reingreifen und das Geld rausholen. Glaub dir, das ist eine gute Idee. Bist du Gott? Nein, ich bin Michael. Vielen Dank, dass Sie sich um Eva gekümmert haben. Sie arbeiten in der Kirche? Ja, wir restaurieren gerade. Schön, dich zu sehen, Clara. Was willst du hier? Meine Tochter sehen? Halt dich von Eva fern! Ich könnte mir einen teuren Anwalt nehmen und würde gewinnen. Lass sie in Ruhe. Leg dich nicht mit mir an. Noch nie ist ein Mann so nett zu mir gewesen. Es kommt mir vor, als würde ich dich schon ewig kennen. Du hast mich vorher nicht geküsst, obwohl du weißt, dass ich es wollte, oder? Du bist doch verheiratet. Nein. Aber irgendwas ist doch. Manchmal tu nie sowas. Nochmal rasch mit deiner Frau ins Bett, bevor sie der Kirche beitreten. Du hast darauf bestanden, dass ich nach Prag komme. Ich wollte im Kloster bleiben. Aber ich habe dich nicht dazu überredet, eine Beziehung mit dieser Frau anzufangen. Sie ist eine Freundin. Du bist nicht ehrlich zu dir selbst. Clara ist für mich wie eine Tochter. Ich finde, es wird langsam Zeit, dass sie auch mal glücklich sein darf. Auch unsere Liebe geht oft einen Weg, den wir erst dann verstehen, wenn wir ihn gegangen sind. Ich bin sympathisch. Und ich bin wahnsinn. Ich bin wahnsinn. Ich bin wahnsinn. Vielen Dank.